Heute habe ich innerhalb von nur drei Stunden insgesamt 5000 Euro verloren und ich bin mächtig sauer. Deswegen gibt es heute zur Abwechslung mal eine kleine Fuck-Up-Story. Los geht's! Wie die meisten sicherlich von euch wissen, bin ich ja mit meiner Familie gerade auf Weltreise. Wir haben innerhalb der letzten neun Monate neun Länder besucht, ein Teil davon in Asien und die andere Hälfte in Europa. Und nach dieser Weltreise, also heute, geht's zurück nach Costa Rica. Und während des ganzen Reisens, egal wo wir auf der Welt waren, haben wir natürlich sehr, sehr viel gelernt. Wir hatten sehr, sehr viele schöne Momente, haben viele schöne Orte gesehen, aber natürlich gab es auch das ein oder andere Problem, was wir lösen mussten. Und eins der Probleme, was wir hatten, speziell in Asien, war das ganze Hin- und Herfliegen mit den Flugzeugen. Speziell in den Philippinen war das Ganze extrem unzuverlässig. Wir sind in den Philippinen dreimal geflogen und hatten dreimal Probleme mit Flugausfällen, Verspätung und so weiter. Und deswegen, mit den Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe, bin ich dazu übergegangen, bei meinen Flugbuchungen strategischer vorzugehen und, wenn möglich, immer Direktflüge zu buchen. Oder, wenn es keinen Direktflug gibt, sondern wir einen Aufenthalt haben, dann den Aufenthalt mit zwei, drei Tagen zu buchen, dass wir zumindest von der Stadt auch was sehen können und immer einen Puffer haben. Und genau das Gleiche wollte ich dann auch für unseren Rückflug von Madeira nach Costa Rica machen. Weil aktuell sind wir ja auf Madeira, also einer kleinen portugiesischen Insel im Atlantik. Und weil das halt eine kleine Insel ist, gibt es natürlich von hier keine Direktflüge. Also zu einigen Städten schon, aber auf gar keinen Fall nach Costa Rica. Und deswegen war klar, wir müssen mindestens einmal umsteigen, wenn nicht sogar zweimal. Also war der Plan, das Ganze mit einmal umsteigen zu machen, dass wir von Madeira erstmal nach Madrid fliegen, weil von Madrid gibt es Direktflüge dann nach Costa Rica. Dass wir aber dann nach Madrid fliegen, dort zwei, drei Tage bleiben und die Stadt anschauen, vielleicht auch Familie besuchen, weil die Mutter von meiner Frau lebt ja in Spanien. Und dann zwei, drei Tage später direkt von Madrid nach Costa Rica fliegen. Also das war der Plan und deswegen habe ich auch erstmal einen Direktflug gebucht von Madeira nach Madrid. Das wurde auch bestätigt und alles war gar kein Problem. Und deswegen wollte ich mich als nächstes dann an die Hotelbuchung machen und auch an Mietwagen, weil wir natürlich da auch übernachten müssen. Wir kennen jetzt da keine Freunde, bei denen wir unterkommen. Und mit großer Familie, mit zwei Kindern ist das natürlich sowieso immer ein bisschen schwieriger. Aber in dem Moment, wo ich gerade meine Hotelbuchung machen wollte, habe ich eine E-Mail bekommen, dass mein Flug nach Madrid storniert wurde. Und zwar ohne Angaben von Gründen einfach, wurde gecancelt und ich habe auch mein Geld wiederbekommen sofort. Aber trotzdem fand ich das ziemlich seltsam, dass es mir noch nie im Leben passiert, dass ein Flug wirklich einfach komplett storniert wurde. Und das halt so kurze Zeit, nachdem ich gebucht hatte. Das war nicht mal eine halbe Stunde her. Naja, und mangels weiteren Optionen, die ich dann hatte und auch ein bisschen aus Faulheit, habe ich dann geguckt, welche anderen Flüge es gibt. Und da wir ja schon alles, also da wir schon viele Sachen in Europa abgeklappert haben, habe ich gedacht, okay, gut, dann schaue ich mal, was es denn am schnellsten nach Costa Rica gibt. Und dann haben wir den Flug gefunden, mit zweimal umsteigen und zwar von Madeira erstmal nach Lissabon, also die Hauptstadt von Portugal. Da gibt es ja sehr viele Flüge, von Lissabon dann nach Madrid und von Madrid dann wieder nach Costa Rica. Und das Ganze natürlich sind da insgesamt drei Flüge, mit zweimal umsteigen und auch mit Aufenthalt insgesamt 20 Stunden. Aber anders ging es halt nicht. Auf jeden Fall war es halt ein zusammenhängender Flug. Das war mir wichtig, dass ich nicht einzeln buchen muss, sondern einmal gesamt buche, dass alles zusammenhängt ist, dass man quasi immer Anschlussflüge hat und die auch Bescheid wissen. Gut, das Ganze habe ich dann gebucht und ich hatte meinen zusammenhängenden Flug, war auch auf der sicheren Seite. Alles gut, dachte ich zumindest, weil heute Morgen ist da wirklich der Worst Case eingetreten. Unser erster Flug von Madeira nach Lissabon, der ging schon um vier Uhr morgens, also mussten wir ein Uhr nachts aufstehen und dann zum Flughafen fahren. Also schon ziemlich früh, deswegen hatten wir auch wirklich kaum geschlafen, aber zumindest gab es keinen Stau auf der Autobahn und kam deswegen pünktlich an. Und deswegen, als wir am Flughafen angekommen sind, habe ich dann erstmal den Mietwagen unten abgegeben. So früher natürlich keine Mietwagenfirma auf, also schmeißt du den Schlüssel einfach in den Kasten rein. War ein bisschen schade, weil wir eigentlich für den ganzen Tag noch bezahlt hatten, aber wir brauchten den Mietwagen ja nicht, weil wir losfliegen. Dann sind wir reingegangen in den Flughafen und direkt zur Anzeigetafel, um zu sehen, zu welchen Schalter wir müssen für den Check-in. Und genau da sahen wir dann die Nachricht des Grauens. Unser Flug nach Lissabon wurde storniert. Und da war ich erstmal ein bisschen angepisst, habe mich aber ziemlich schnell wieder beruhigt, weil ich wusste, okay, die Airline wird uns ja irgendeinen Ersatz anbieten, weil wenn ihr einfach unseren Flug storniert und wir noch zwei Folgeflüge haben, müssen die uns ja irgendwas anbieten. Also bin ich dann zum Schalter gegangen, die haben in das System reingeschaut. Fünf Minuten hat sie da geschaut, hat nichts gefunden, hat gesagt, ja, Flug wurde halt storniert, bitte gehen Sie mal zum Service-Desk da irgendwie zwei Reihen weiter, die kümmern sich um Sie. Okay, war schon mal ein bisschen perplex, was ist denn jetzt los? Und dann bin ich zum Service-Schalter gegangen, da standen schon ein paar andere, weil viele Leute hatten ja diese Flugstornierung getroffen. Und dann kamen wir dran, da habe ich mit der Frau geredet und hat die mir erklärt, ja, Flug wurde halt storniert und Sie können uns auf den nächsten Flug schieben. Dachte ich, okay, aber dann kriegen wir alle unsere Anschlussflüge nicht, was ist denn damit? Also ich will jetzt ein Komplettpaket haben, wie ich nach Costa Rica komme. Und die meinte, ja, nee, Sie haben hier drei Einzelbuchungen mit unserer Airline, TAP Portugal, haben Sie nur diesen einen Flug, die anderen Flüge sind mit Iberia, das geht uns nichts an. Ich denke mir so, hä, was soll das denn? Ich habe alles zusammen gebucht über so eine Buchungsplattform, kiwi.com in dem Fall, und hier, die Airlines, die kümmern sich nur über eigenen Flieger, ja, und nur dieser eine Flug ist abgedeckt. Und wenn dieser eine Flug ausfällt, kriegst du den ersetzt, wie auch immer, und bei den anderen Sachen musst du weiterschauen. Und die hat dann gesagt, okay, wir können nichts machen, aber schauen Sie mal in Ihre App, wo Sie das gebucht haben, vielleicht bieten die was an. Also die hier haben mir dann quasi erstmal einen Ersatzflug nach Lissabon gegeben, der dann irgendwie um 11 Uhr ist, also in vier Stunden oder sowas, aber damit kriegen natürlich alle unsere Anschlussflüge nicht, und wir haben noch einen 50 Euro Essensgutschein bekommen. Und danach bin ich in meine Kiwi-App gegangen, um zu gucken über den Anbieter, wo ich ja gekauft habe, da stand dann auch drin, ja, Ihr Flug wurde storniert. Das haben wir übrigens, diese SMS dazu, haben wir auf der Fahrt zum Flughafen bekommen, ja. Und Sie haben jetzt zwei Optionen, entweder bieten wir Ihnen einen Ausweichflug an, ja, also verschiedene Ausweichflüge, oder Sie können den Flug stornieren. Dann haben wir uns die Ausweichflüge angeschaut, und das Problem ist aber, da waren irgendwie sechs Ausweichflüge aufgelistet, aber bei allen musste man draufzahlen. Weil bei Kiwi, bei der Buchungsplattform, aber wahrscheinlich auch bei anderen Buchungsplattformen ist, musst du eine extra Flugausfallgarantie buchen, damit die dann das Ganze übernehmen. Und das wusste ich nicht. Mir wurde zwar bei der Buchung angeboten, dass ich die machen kann, aber ich dachte, hä, warum brauche ich denn eine Flugausfallgarantie? Weil wenn ein Flug ausfällt, dann bezahlt doch die Airline dafür. Aber mir war nicht bewusst, dass das denn nicht gilt, wenn das verschiedene Airlines waren. Also hier bin ich genau in so eine kleine Nische reingefallen, wo man wirklich die maximale Arschkarte hat. Naja, dann habe ich mir die Flüge angeschaut. Die ersten fünf Flüge, die gingen alle über Amerika, zum Beispiel über New York oder über Washington. Der erste Flug, da hätte ich dann 2.000 Euro draufzahlen müssen. Bei der nächsten Option schon 2.500. Und das ging so weiter bis zur letzten Option 4.000 Euro draufzahlen. Nur für eine Umbuchung des Fluges, die ich nicht mal zu verschulden habe. Aber selbst diese ganzen Optionen kamen nicht in Frage, weil wenn du nach Amerika gehst, auch wenn du nur als Transit bist, brauchst du manchmal Visa, du brauchst EFTA und so weiter. Und dann sofort musst du es vorher beantragen. Und das ist vielleicht für mich als deutscher Staatsbürger im deutschen Pass noch einfach. Aber für die Kinder, die einen costarikanischen Pass haben, geht das nicht so einfach. Wenn die nach Amerika fliegen wollen, auch sei es nur Transit, müssen die ewig lange vorher Visa beantragen. Oder auch diesen ganzen EFTA-Scheiß beantragen, weil die nicht in diese 40 Staaten Weber-Programm reinfallen. Also Flüge über Amerika fallen komplett aus. Und dann gab es noch eine letzte Option, Flug über Lyon, dann nach Amsterdam und dann nach San Jose, aber auch mit einem ganzen Tag zwischendrin, weil mit viel Wartezeit und so weiter sofort. Und dafür hätte ich dann 5.200 Euro extra zahlen müssen. Boah, also alles samt richtiger Mist. Die Plattform hat mir keine einzige Option angeboten, die interessant war oder auch die nur ansatzweise eine Kompensation gewesen wäre. Und die Airline hier vor Ort, die ja den Flug gecancelt hat, die sagen sich, ja, hier kriegst du einen Satzflug an Lissabon und was danach machst, ist uns völlig egal. Und übrigens der Grund für den Flughausfall war das Klima. Es war zu stürmisch und deswegen durfte unser Flieger nicht fliegen. Witzigerweise, der Flieger, der eine Stunde später ging, der konnte ohne Probleme fliegen. Also ich bin hier echt maximal angepisst. Naja, jetzt mussten wir einen ganz neuen Flug buchen. Ich habe geschaut, ob ich jetzt von Lissabon fliege oder ob wir direkt von Madeira fliegen. Und das, was sich jetzt am besten und am günstigsten herausgestellt hat, ist, dass wir jetzt unseren Ersatzflug nach Lissabon verfallen lassen und wir einen ganz neuen Flug buchen. Und zwar einmal von hier, ein Flug von Madeira nach Zürich, dann eine Nacht Aufenthalt und am nächsten Tag von Zürich dann nach San Jose. Und das Ganze kostet 4.500 Euro. Und da sind die Koffer noch nicht mal mit drin. Die muss ich dann später am Schalter noch teuer nachkaufen. Weil ihr seht, ich bin hier gerade am Flughafen und das Ding ist irgendwie 14 Uhr. Also auch noch sechs Stunden warten, bis das so weit ist. Also maximal angepisst. Und dazu kommt auch noch, da wir eine Nacht in Zürich sind, brauchen wir auch eine Übernachtung. Also in einer der teuersten Städte in der Welt. Also nochmal 2 Euro weg. Und dann musst du dann auch vom Flughafen zum Hotel hinkommen und morgen auch wieder zum Flughafen hinkommen. Also Bahn oder Mietwagen. Das kostet dann ungefähr das Gleiche. Also haben wir dann für 80 Euro ins Mietwagen genommen, weil das dann komfortabler ist mit den ganzen Koffern. Also Zusammenfassung, wir müssen jetzt ungefähr 5.000 Euro extra zahlen. Müssen jetzt hier 10 Stunden am Flughafen warten. Haben kaum geklafen und sind wirklich maximal sauer auf diese ganze Airline. Also sowohl auf die lokale Airline, die jetzt einfach unseren Flug ausfallen lässt, aber auch diese ganzen Buchungsplattformen, die sie schön rausreden. Naja, wenn das nicht die gleiche Airline ist, ja, dann hättest du ja diese Garantie extra abschließen müssen und so weiter und so fort. Also das ist echt der letzte Mist. Und natürlich bin ich teilweise auch selber dran schuld, weil ich da keine Ausfallgarantie gebucht habe, von der ich eigentlich wusste, dass man die braucht, wie auch immer. Aber mir war es jetzt eine Lehre für das nächste Mal. Wie gesagt, wieder nur noch Direktflüge. Und ich hoffe, ihr lernt auch etwas davon, ja. Ob ihr jetzt Schadensfreude seid oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ihr konntet daraus hoffentlich auch was lernen, weil wenn man jetzt mal eben 5.000 Euro extra für den Flug bezahlen muss, dann ist das wirklich das Allerallerletzte. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, welche Möglichkeiten ich im Anschluss noch habe, mir das Geld irgendwie wiederzuholen. Entweder von der Fluglinie hier oder von der Buchungsplattform und schau mal, ob wir da Geld wiederbekommen oder ob die Airline mit dieser asozialen Verhaltensweise durchkommt. Ja, da muss ich sagen, Airline Mafia, weil das ist echt der letzte Mist. Auf jeden Fall werde ich euch auf einem Laufen halten und mal gucken, da wir noch eine Weile am Flughafen sind, werde ich vielleicht noch ein weiteres Video drehen.